Hallo Leute, Willkommen zu unserer zweiten Folge Let's Play Minecraft Together! Mit den üblichen Verdächtigen. Moin! Ja. Wir haben jetzt ein ganz bisschen weiter, also wir haben nicht wirklich weitergemacht, eher nur Holz gesammelt und Schnee. Heute Farm gemacht. Okay. Aber wir haben jetzt nicht so großartig viel gemacht. Ich weiß, der Schneewelle. Oh. Stirb. Oh, die fliegen. Ich hab kaum, ich hab jetzt, die gehen jetzt schon so schnell weg. Angriff. Ich hab nicht der Moni mehr. Weiß ich. Ehrlich, wie hast du so viele Staple? Ich hatte 4 Stacks praktisch, also 4 16er voll. Ich weiß. Ich hab nichts mehr. Oh, Angriff. Ich hab noch mehr. Nein. Out of ammo! Okay. Ich weiß schon was. Nein, air reloaded. Okay, jetzt hab ich auch keine mehr. Ich hab keine Schaufel mehr. Fuck! Ich hab's gar nicht mehr. Und von dem schönen Schnee in den härtlichen Regen. Wie sieht man den perfekten Übergang. Ey, brauchst du was zu essen? Ich? Nee, Wommel. Was? Brauchst du was zu essen? Nee, hab mir grad zehn Kartoffeln genommen. Gebackene. Okay. Kannst du eben auch an. Und wir würden euch bitten, ähm, bei der, ähm, auf YouTube, da sind ja immer von unseren Videos ein Werbebanner, da einfach mal drauf zu klicken. Ihr müsst euch nicht so anmelden oder so, einfach nur einmal drauf drücken, dann könnt ihr's wieder schließen, wenn die Seite geladen ist. Dann sind wir happy. Ja. Total. Ich, äh, I am happy and I know I can't even have. Leckling muss auch klatschen. Der Künstler wieder zu spät. Ähm, was? Okay, ich geh mal ein bisschen holzhocken. Wer seid ihr? Ich? Ich hab, ich hab mal einen Mammutbaum ab. Ich mach mal mein Nacht. Ich mach mal mein Nacht. Ist so eisener. Achso, und wenn ihr wollt, dass wir den Ton zum Beispiel ein bisschen leider stellen oder noch lauter, also von Hintergrundgeräuschen oder so, oder wenn wir mit Minecraft Musik spielen sollen, schreibt einfach die Kommunikation. Ihr habt grad gar nichts an, also an Musik. Ihr? Ja, ich hab so, also, die, in den Regen. Ich mach mal ein bisschen leiser, weil es ist schon ziemlich laut gerade. Wie viel hast du? Ich hab zwar auf zwei Prozent, aber ich bin trotzdem immer noch zu laut. Ach, zwei? Ja, ich mach's mal auf eins. Ach, soll ich ab. So, jetzt ist es noch ein bisschen leiser. Ich mach mal. Hey Blacky, bist du in deiner Mine, die du von angefangen hast? Ja. Gut. Dann komm ich mal nach. Ich bin allein froh, ich will mich rammeln. Jo. Ich bin hier grad mal wieder feuchtvoll. Bitt dir die Spitzhacke mitbringen? Nöö. Doch, mach mal. Mach mal. Ich hab's ja noch mal. Ich hab vier Steinsschmüsser gebaut. Wo kriegst du eine? Und wir haben uns schon zu oft geprüftchen? Ich hab meistens gewonnen. Ja, weil der eine Faschisseneisrüstung hat, wenn der sich alles unter den Nagel reißt. guckt euch mich an guckt euch mich an guckt euch mich an okay man soll schon überteilen ich bin viel häufiger getroffen trotz hat dieser schwachkopf überlebt ich hab's eben drauf ich bin natürlich auch so ein schlauer Geldärzte zu ähm zum Dorf ja toll und ich hab mir da erst mal und ich hab mir da erst mal so ein komische Idee ja so ein Bullshit wie soll ich meine Sachen mit euch teilen 1 eine gute Idee Game Mode 1 ja klar wir haben nicht mehr die Berechtigung also schon oh komm lass es ja okay kein Cheating nochmal an warte ok wir können Regen ausmachen aber das war's dann auch ja toll jetzt hast du mich ja super da hab ich OP rechte was will ich mit denen ja mach Regen aus ok ok hab ich das nicht geil gemacht eigentlich solltest du aufhören zu regnen geh aus fahr auf zu regnen das brauchen wir ein bisschen ich bin Gott warte ja 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 in roger mit mit gerade ja ich bin mir wie viel erweiter Sieben hast du noch 2 2 1 sollst du was essen weil die Spiele auf hart und verreckt man wenn man nicht wirks zu essen krieg nicht ob es da auch so oder nicht dann wird das nicht halt hast du Fackeln nein ich hab keine mehr ich hab fünf Stück dabei gehabt und die hab ich alle verwendet weil ich finde ich hab keine mehr gehabt weil ich hab mal hier zwischendurch reingucken ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben sollen wir weiter strip meine machen wie Blacky es hier vorhat oder sollen wir lieber in eine Höhle gehen also ich finde Höhle persönlich besser ja finde ich eigentlich auch ich auch aber machst du ein strip Mining weiß ich ja nicht oben und unten ähm ja sehr jetzt weiß ich ja natürlich was noch oben und unten drin ist und es wird schon wieder Nacht ach ich mach mal ein paar packen Höhlenchen Ticken Zutaten machen Nö ich mach Fackeln Mh 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 Höhlenchen Mh Höhlenchen die totalmente waren Etän Rob Wer historic 5 die Ehe die ich habe sie an ob sie nicht bekommen die Liga weitergekündigt scheiß Eis ich mache ich nur gleich das Fleisch aus dem Rechten Ofen nehmen ich habe noch 11 da aus dem Rechten kann Blackies sich was ausnehmen ja ich habe er noch nie in Karotten so hochschätten der Kommissar in die Höhle Elke Mann hat kommen die Stülten wenn ich ins Leben super wenig ok ready wo gehen wir gehen wir die Höhle hier wo war die Höhle ich weiß ich habe ausgleich damit eigentlich markiert aber Markierungen sind jetzt irgendwie verschwunden und meine Home-Markierung ist jetzt neun Kilometer von mir entfernt also irgendwie hat er was gespackt geht hier auch weit rein ja perfekt schön ausleuchten scheiße nein ist zu Ende ist zu Ende wir kommen wieder raus ist nicht mehr hier ist es die die so einfach so tief runter geht am Ende und unten hört einfach auf es ist was an der ich auch schon drinnen und kohle 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 habe ich einen eisen gefunden und kohle nein das weiß ich werde auch einmal weg und haben das wiederum ich lebe hier mal jetzt mal ein bisschen hier ist nicht viel da kommen wir jetzt rücktecki ausgelöst mit dann wieder mit um brauchen wir auch Schweine in unserer Bahn wir eigentlich nicht für die Drehungseite nur essen und es ist doch weniger wert als Kühle und wir haben schon Kühle die Kühle in Kühle sind ja meinten ein und Kühle bis so eine Kühle finden die meint den Dschungel in der Bühne zu tun so ein ganzes Jahr es sind aber ich habe mein Homepoint so gesetzt ist so soll wenn man dann hier bleiben findest du nicht mehr ganz oder wie ich hab neun gesetzt und der alte ist jetzt von mir jetzt 9.353,4 sieben Meter entfernt m er hat es nicht das muss sein Koordinaten und Künstler wieder das ist so so ich will Hexenhaus finden ein wo seid ihr welche Koordinaten also ich bin jetzt gerade minus 30 plus 12 und das müssen wir in die Richtung sein Anni ist es schon bis weiter gelaufen Zuckerrohr Minus 30 plus 12 Ja jetzt sind wir minus 90 plus 36 Minus 90 Minus 93,53 plus 46,58 und das sollen jetzt alle Zuschauer ausrechnen hier ist eine Höhle, Deci Hier? Nicht hier Ja, sag ich doch, ich bin jetzt schon fast drin Leck Falsch, die geht nicht weit Hä, wieso? Du bist noch gar nicht drin, hier und geht so viel weiter Ja, die war noch ne Höhle, die war noch ne Höhle Die war aber nur ganz kurz Ich bin auch beim W.O. Weil ich bin in der Höhle und hier gibt Slender, äh nicht Slender Ender Nein, mein Eisen, mein Eisen, mein Eisen Eins, 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 eins Eins, 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 eins Eins, 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 eins Ich klaus dir Rommel, hör auf, nieder Scheiße Rommel, hör auf nieder Scheiße Rommel, hör auf nieder Scheiße Rommel, ich hab schon abgebaut, mich klauen, mich klauen, meins, meins, meins Ich hab noch gar nix Echt nix? Ha? Ich hab... Ich hab fünf, und du? Doch, ich hab drei Fick dich Ach, seitdem der Höhle drin, die ja geleuchtet ist Hm? So Warte mal, ich setz mich hier kurz ein Find Ähm... So Oh, Höhle ist vorbei Okay, das heißt... Wir sind ganz viele Fingern Reisen Jetzt so auch Alle jubeln bitte Du auch mal drauf Uuuu Ich hab 27 Kohle Bis die da unten zu Ende? Ja, hier ist zu Ende schon Bis von zu Ende Echt? Nehme mal als ein Gravel mit Warum? Weil ich später Fallspitzen draus Ja, sonst nützt's auch nichts, ne? Ich weiß doch schon Fahle, Köhle, 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 Köhle Äh, Leute, hat hier mal noch mal eine Steinspitze dabei? Ja, ich hab so rein mit Mein Fass im Arsch Meine Fass im Arsch Ich hab so eine Holz und die ist Ja, da hab ich dir hingelegt, du Ja, ich weiß Du sollst eine Spitzkarte auch nicht mit Fanal sehen, du Ja, ich weiß Ja, ich weiß Du sollst eine Spitzkarte auch nicht mit Fanal sehen, du Ja, ich weiß Es ist keine Fallspitzen rausgekommen, egal Auch ne neue Höhle Ich will eine gute Höhle haben Kommst du, schwarzer Mann Ich bin nicht schwarzhäutig Ja, und da noch kein Mann Ja, doch Bis jetzt schwarzer Mann Ja einen Tag nach der ersten Klinik er hat reißen Euro aber noch bis zum Kultus in der Heizengleichheit auch jetzt auf jeden Fall wiederkommen und ich habe schon mal klar aber auch bis zum Kultus hier die Höhle geht um einiges weiter das das klingt doch schon mal gut und ich glaube ich leuchte erstmal alles mit Fackern also er macht ja auch mal ich leuchte auch mehr als zweiträumig bevor ich irgendwas abbaue gerade jetzt weil wir spielen auf hart und sind ohne Rüstung hier drin auf hart ja das war was noch hart ist ah Slimey ja die sind jetzt im Sumpfbiom das finde ich richtig geil sie ist DigiPiston ja weil die hatte konnte man sicher sonst nie machen ja aber ich glaube die hat sicher auch keiner gemacht außer im Creative Mode für irgendwelche geilen Konstruktionen so jetzt wir können uns jetzt rein theoretisch dann auch irgendwann automatische Farben bauen ja oh hier geht's tief ab ja hier gibt's auch ne Abspaltung hier wo reicht's ja 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 keine Ahnung warum wir sind ich kann es dir schlecht erklären ja ich sehe hier zwei Skilette packen sei das Geld sei das Geld sei das Geld nur es wird dann die Dich auf in der Sonne in der Sonne in der Sonne aufgabe der Tod mit einer bitteren Arzt mit einer Spinne zu hat jemand ein Schwert dabei hat jemand ein Schwert dabei ja ich habe auch noch ein und ich weiß nicht wo du bist hab noch als habe ich noch so gut wie kaputt ja und ich habe nur noch drei vier Herzen oh schön das ist ein Schwert ein Schwert hinter dir hinter dir liegt ein Schwert hast du aufgenommen hast du aufgenommen ok irgendwie ist es hier geil ey das ist schon längst kaputt ey da brauche ich noch zwei Schläge mit oder ist das Schrott vielleicht einen was meine will ich mit so einer Scheiße eigentlich muss ich gerade abhauen man oh 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 fass dich oh scheiße noch zwei Leben ich bin runter gefahren schweiß jetzt noch 20 Leben 20? ja das ist ein Herz immer zu zählen zwei Leben guck auf den Wiki boah ist das schön zu gern ich habe mich nicht mehr gefunden oh ich habe noch zweieinhalb ich gehe glaube ich wieder zurück haben wir schon ein Schaf? warte heil dich doch mit Essen ich muss ein Hungerleiste voll machen damit du ja ich weiß ich glaube ich kann auch noch ein ich kann ja noch essen ich kann ja noch essen ich kann ja noch essen das ist echt Lichtwachs es ist was ich kann ja auch nicht warten oh hier ist auch voll fertig Alter ich bin gerade 370 Blöcke entfernt von meinem Rom ich bin ich bin mein ich bin ich bin sie ich bin ich bin von Fisch die zu den Oberfläche gehen den Stand Bühne so ist nicht bis hin auf die Behörden von Unternehmens wir sind wieder rausgekommen wir sind auch eingegangen in der Nähe oder genau während dieser Wesen ganz weit weg eingegangen war das Zuckerrohr immerhin ja was er nur kurz ist Zuckerrohrs Bauch ist wo und das Land und Pilze ich habe noch ein von ihnen die Füße in der Hand ein Schlag hat es genommen der eine ein Schiff der mit schaltiger Schlag derzeit gar keine so die Spitze hat dies auch zu lieben sie können nicht tun das weiß man trotzdem und herrn Pio die die mit dem vor die Höhle das Grünbach hier Riesenhöhle Riesenhöhle bei der ich bin in so einer riesigen Höhe bei dem Thema Nächste jetzt sind das Ende jetzt was er will ich nennen wie sehr geht es was auch und sie waren wir schon scheiße zu einem Reingang er hat mich nicht mehr auch mit dem Satz du hast du gesagt? Nö, nur für Essen weil ich jetzt noch ein paar Fliegenpilz habe ich noch ein paar braune geholt und wenn ich weiter Fliegenpilz habe, dann kann ich mir Essen machen. Du gibst die Richtung vor. Lass mal hier nochmal in die Höhe, waren wir hier schon? So ich an der Stelle nicht machen. Ne, hier waren wir auch schon über das Gefackel. Das Gefackel. Da unten war die Abzeigen, die ich mir markiert habe. Und trinkt Eisen. Genau hier sind wir eben reingegangen. Habt ihr eigentlich schon mal irgendwo einen Emerald gesehen? Super, das ist einmal. Habt die auch noch kaum gefunden. Die sind super selten, ne? Das heißt eigentlich kein Schwarzpulver. Das heißt eigentlich, das soll es eigentlich öfter geben als Diamonds, ne? Ja. Ich finde öfter Diamonds als die Viecher. Also bis jetzt habe ich mehr Diamanten gefunden als die Samerlitz-Viecher. Ich auch. Ey, lass mal wieder zurück. Ne, das ist das Essdorf, was wir gefunden haben, ne? Ja, das ist total abgebaut. Da. Seid ihr da? Ja, da sind wir im Kreis gelaufen. Wo ist das? Da hinten. In die Richtung da. Gerade, wo du jetzt ihn guckst. weil mir leck das, weil mir leck das nicht seh. Auf jeden Fall muss ich zurück, weil ich hab ähm von Spitzapfel und Schaufeln hab ich noch noch. Spitzapfel, ne? Spitzapfel. Spitzapfel ist bei jeden Fall schlagt. Okay, dann leichte ich dich dich zurück. Mir nach. Ey, willst du doch nach mir kommen? Ich bin in einer riesigen Hunger. Ja, ich bin auch dahin. Ich will auch. Ich will auch. Gibt's Koordinaten? Die ist so riesig. die war eine koordinaten ja nicht mehr angeboten danach kann ich mit mann gerne um uns haben die koordinaten scheiße nein ich hätte scheiße hast du death point aktiviert aktiviert mann ich weiß nicht jetzt oder hinkommen wenn vielleicht hat es nur so was soll ich machen alles soll zu machen warte wie viel eisen hast du nun 17 schmelz ich gerade im linken Ofen die Gronen ja ja scheiß ich habe so etwas mit dabei nicht wirklich ich gehe mal kurz aus und zu meiner Farm gucken was selbst gewachsen ist was macht er was soll ich mit dem Schleimball machen bringt er was kann ich dir werfen damit kann man später Stiggebestens auch klebrige Kolben genannt er also auf Deutschland ich sage mal es nur wenigstens hast du noch so noch gewünschen ich hab noch m und ich bin nicht gestorben denn nun hier glaube ich nein hier war ich noch nie wenn man sagt nie wieder wenn ich gut um die Hälfte der Schilderung machen er hat das sie sind sehr 20 abweizen geerntet ich habe noch eine menge kohle und alles ich habe jetzt vier stecken ich habe vier stecken über meine kühe müssen die hühner zusammenruhen da scheiße du und bei mir wird also dass er wenn ich jetzt Montagru kann ich erst nur und unterweil die Verschleifung und bei der Klinik meine vorgasse schlugene die erste erste Stimmung haben wir gestern aufgenommen am Ende nach dem den hat immer noch 3,1 1,0 3 Gb wird bei mir zumindest nicht mehr ich kann ja nur an uns tun bis heute mit der Klinik zufrieden auf jeden Fall wird es weil ich meine die auch um ich bin viel besser als Contasier. Ja, was mach ich denn da? Aber muss jeder von sich selber entscheiden. Das Contasier ist mir eigentlich zu teuer. Auf jeden Fall. Wie viel? 300 Euro? Ne, das waren 240 glaube ich. Irgendwie sowas. Wieso gibt's auch dafür so viel Geld aus? Ja. Ja, für Maggie ist 370 gezahlt. Mehr geht's plus. Plus, ich hole nicht pro? Nö. Plus reicht völlig. Ich will extra für mich für den Pro. Das merken wir aber nicht so gerade. Was ein Bullshit. Mit Pilzsuppe gemacht. Weil hier bin ich hier unter anderem. Und hier irgendwo war da. Na, wo? Fehm plus. Und was zu essen. Scheiße. Ich bin mit ein kleines Karotten gestorben. Scheiße. Da auch hier sind nicht mehr viele Karotten. Pflanze die am besten mal rein. Habe ich schon. Ich hab da ne Karottenfarben da. Achso. Bräutchen. Nichts? Was machst du denn nichts dran? Ich muss jetzt, ich muss jetzt sicher mit meiner Hand verpugeln. Alter, du hast meine ganze Kuhle rausgenommen, du Stück. Sorry. Ich krieg mich wieder her. Ich bring dich hier um. Ich bring dich hier um. Ist ja okay. Ist ja okay, ist okay. Ist ja okay. Ich wäre cool. Kotz, 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 kotz. alles was an ich bringe von ich will nur nicht alles erster g und kuh kannst du uns wegweilen lassen kurz lieber das reich das reich das reich das reich ich weiß es ist die Kuh wer noch nicht für er sendet ich will erst mal für haben sich die Kufan-Exparen denn kann wenn ich kann jetzt schon verstehen und dann will ich erschlachten ja gut und ich bin dann 15 8 wenn sie die NDR der Bananar-Boys wieder da an ein Bruder das ist ein schwer in der Liga ich hatte auch mal ein ich aber gar nicht so ja jetzt kann ich endlich recht gerne Lassel das nicht er hat mich bei ihnen am Ende der entgegensten oder selbst Netz vor allem ja jetzt vor allem ich nur noch mal ein Punkt und mit Eisenschaufel wenn das hält davon dass auch mein Leben nur das man hat nur meinen eigenen Einladen die mehr ganz nah like hey Danke, Hans Fuckin, fuckin, fuckin Hans Wieso hat er mich Hans genannt? Ich will es nicht erfahren Ach, scheiße Zwei Stück und ich bin in der Ecke Na, macht Spaß Ja, und alle Fuck, Spinne, 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 Spinne Ich hab noch zwei Herzen Fuck Und allein du sagst fuck Und ich such diese scheiß Package Da war schon wieder ein Goldenes Was mit Goldrüstung Ey, ich will das Vieh töten Komm, ihr lasst mich das Vieh töten, okay? Ich bin Kür Ich bin Kür Ich bin Kür Weg, 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 weg Schon wieder Zombie mit Goldrüstung Wow, wow, helft mir Drei Creeper, zwei Zombies Und ein Skeletten Aktiker, faktiker, praktisch Ich hab nicht Aus, aus meiner Bahn Wirst scheiß Ich hab gesagt Das war knapp Umgeheber Das war klar Unspanier Ich bin KUF-Farm, dann kann ich gleich schlachten Und ich bin noch nicht mit dem Schlachten dabei sein Ich bin noch nicht mit dem Schlachten dabei sein Widerspruch schmacht wer so wie der fast punkte bei schlachten klaus drogen ab zum nächsten die eigentlich Daniel ja ich habe ein Zonnie mit Gott zwei Zonnie mit Goldrüstung drei Kriper und ein Skeletten fertig gemacht und gehen sich gegenwärtig ich bin jetzt nicht nachdem nicht zu sagen die Büsche Bexperien dann die Sachen nur fünf Minuten das hat das Bordi nun gut und einiges Klub jetzt nach Schwestern und es abhauen 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 die andere über eine Kühe wo wieder von der von der Abmauern wenn man hat ein Leben ok für dich ein Erlassens her für sich nicht Alter, wo hast du überall Pfeile steckt. Warte, ich klicke die Skeletten. Ey, ich hab ein... Oh. Gut, ich hab mein Schwanz nicht erwischt. So haupt ich leider. Oh. Was machst du denn der ganze Zeit? Ja, ich tu meine Sachen und dann hab ich mich ganz auf die Kühe aufgepasst. Ey, alter, du schlussig Peepfenderin. Ey, ich muss die wiederhaben, die Sachen. Wir haben, tun nicht ein Problem. Ah, ich hab' viele Pfeile nicht steckt, in den wir stecken. Von echt, das weiß ich in der Nähe, hab' ich weiß nicht wo. Hm, er weiß nicht wo. Ähm, dam dam dam. Ähm, dam dam. Ähm, ich weiß nicht hier. Ach, ich hab' nicht, dass meine Kühe abhauen. Pass auf. Den sollten Japan. Wenn dann kaputt macht, hau' die sofort ab, sind vollständig sicher. Ist voll undankbar. Dortne ist noch XP. ÖHgh. Das wächst dir. Crap.a dai. Oh fuck мод�ne. Ich glaub euch diese Scheiße nicht. Schick dich, du Well, die Sachen, die kannst du jetzt vergessen Daniel. Was? Die Sachen kannst du jetzt vergessen. Aber das ist zu lang her, dieses Bond. Echt? Ja. ich hab jetzt nichts mehr so ging es mir eben auch so ging es mir doch nicht ein Beileid schon wieder ein Button, wie macht man den nochmal? äh, ich glaub ein Stein Cleanstone war das ein Cleanstone brauchst dafür es werde Licht doch, du fandst den Schalter nicht doch, ich fand den Schalter das zweite geht mir es kommt hier schon wieder so ein ultrabehinderte Spinne meine Alter, du bist so ein Penner wie kriegst du doch nen Stein was will ich mit nem Stein ey, wo seid ihr? wir sind hier ich steck gleich wieder, ich steck gleich wieder ich steck gleich wieder, fuck ich ich will dich schon klicken Achtung, TNT! okay ehrlich jetzt Acht dir! Acht dir! ha, ich weiß doch, ich weiß doch, ich weiß doch, wo ich im Weltende drauf hab jo vielleicht kriegst du ja noch hin mit dem Feldzugladen stimmt das so auch immer auf, ihr könnt euch auch was freuen ja wenn es klappt, weil ich hab da noch Musikkinder gesetzt und auf einmal hat die ausgesetzt also, falls jemand so eigentlich sich irgendwie direkt auszieht Achtung, viele Viecher, viele Viecher zwei ne, da waren eben noch mehr ja hat jemand von euch ein Eisenschwanz? sorry, Alter, sorry ich hab noch eine Helle Perzen, ich hab noch eine Helle Perzen hat jemand von euch was, Daniel? ein Eisenschwanz ein Eisenschwanz ja ein Eisenschwert ja ich hab ein Eisenschwanz aber nicht übrig das mach ich noch ja ich kann einen kurzen Stein machen da äh das ist aber nicht so gut aber auch egal na das ist manchen da so nein fucking Skeletten nein Alter, hier ist ein Zunge eben nächster, ne? es 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 oh, und wie dann wir leben ja, warte, ich hol dich beim Spawn ab warte beim Spawn ey, musst du jetzt immer ab? ey, wir machen uns Wetten, okay? oder ja such mal Schafe Daniel, wo ist das Spawn? bleib mal beim Spawn okay, wo bist du? beim Spawn hier hinten bleib da, bleib mal da ich will mir markieren Spawn ist hier hinten so hier ungefähr ungefähr, ich weiß nicht, ungefähr so gut, mach ich gut, mach ich das ist schon grad mein Internet ist abgeschmiert was Spawn Molek Scheiße da ist jemand Blair Art ich hab meine Sachen wieder gefunden das werden uns meine Sachen gefunden ja, hier ist ein Creeper explodiert das sind meine Sachen oh Scheiße weil so in der Nähe in der Nähe von so einem Haus ja, meine Sachen ja, meine Sachen okay, Daniel, kann ich verpacken ich bringe da rein, ich bringe da rein das waren Augen ja, das war mein alles wie viel Deck hast du bei? zwölf fährst du jetzt? zwölf fuck fuck ich hab das Eisenschwert behalten ja, ich hab das für dich gemacht, hab ich dir kurz gesagt so, danke ich dachte schon, ich hätte jetzt meine Sachen wieder gefunden dann wollte ich mich nicht mehr, weil ich das freu dich, freu dich doch, dass das Sozialamt ach ja, Max Beide, äh, die Terra Firma Kraftmord da lassen wir auch Schweine, äh, Leder fallen und zwar viel echt so, viel? ja, richtig viel ja, ich hab die Treff und angemacht weil ich bin auch nebenbei Terra Firma Kraftmord also ne kleine Dichter nicht den größer hast du? ich weiß das war auch nur ein bisschen ja, toll hast du grad Zuckerrohr abgebaut? drei ja, wir pflanzen mal hier wieder hin, wir brauchen davon später ganz viel okay, wir brauchen ganz viel ich weiß, für Bücher und so, ne? ja, und für äh, Kuchen Kuchen ist unhöhtig ich mag Kuchen ich mag Kuchen ne, ich bin also so der Steakliefer, aber ich steh auf Fleisch und nackter Haut what the fuck nein, der Typ ist nicht pervers der tut oder so nein, ich mach dir kurz ein Eisenschwert, okay? ich hab dir das Eisen geklaut hier, hinter dir da werf ich das Eisen hin ich sag nein, 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 nein alter, bitte gib mein Eisen wieder her gib mein Eisen wieder her danke, wie viel Leben du noch hast was? fuck, der Kippich voll, voll, voll ich hab voll, weißt du? essen, 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 essen ja, Blackie alter, du bist so ein Penner los, hinter hier ist ein Eisenschwert, Blackie komm, wir gehen jetzt auf ihn los fuck wenn ich jetzt finden würde der wird scheiße treffen der wird scheiße treffen der wird scheiße treffen jetzt versteckt er sich da rennt weg wo ist der? da, wo du nicht bist ah, da fuck gib mir einfach das Eisen wieder mein Eisen wer nicht nein spring beim Laufen, Blackie, dann bisschen schneller ah 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 ah, ich hab ein Eisenbieder soll ich ihm sein Zeug wieder anlegen? KKF Sonder die auch waren können jetzt immer sagen dies ist wieder also ich bin schon mal am auf bei mir die KKF das sind ja immer noch einmal in beiden Sachen schließlich mit neuen das wird immer geben Tja, jetzt kommt dein wahres Gesicht. Ich war Level 14. Ja, wir hatten angefangen, wir wollten mir das Eisen nicht mehr wiedergeben. Bei meinem Eisen, ich hatte 20 gesammelt und Black hat mir so viel weggenommen. Ui, jetzt schiebt mich die Schulter hin. Doch, du hast mir die ganzen weggenommen. Hättest liegt da hinten alles, ne? Du hast ganz viel noch dabei. Ich hatte zwei, bei der Höhenkur, ich hatte zwei, ich hatte vier Stück, du hast auch deine drei dazu gepackt. Andreas Lauer, Rommel, 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 daí solltet dein Zeuglied noch da hinten, ne? Ich hab schon nie gesagt, muss ich ja wieder auffangen, da hinten von wo du dich schon agelt mortal. Da denkst du nicht, wo du du gesammelt hast, da bortiert sein. Irgendwo. Hallo, meineu, süßen Dinger. Aber ich glaub, dass du uns eingefallen hast. Ich tin noch mal weh? Ja, hier liegt es noch. ab ich habe alles wieder ausgespuckt was ich habe nur das Weizen habe ich behalten weil ich wollte die Tiere beim Vögel hey was ist Weizen kann man auch Kinder beim Vögel gucken Kinder beim Vögel äh alter hihihi das habe ich nicht K.I.T.K A B L Alter lass es jetzt das ist scheiße das ist nicht mehr witzig ich kriege jetzt mein Schwert wieder ich hatte ein Steinschwert und ein Eisenschwert beides sind weg ja ok du kriegst dein Steinschwert wieder ich wollte wissen wann du es bemerkst jetzt habe ich auch noch die Idee doch ich habe das Eisenschwert da f*** dich jetzt habe ich aber echt die Idee ja doch eine Sache habe ich immer noch eine Sache habe ich immer noch hier die Axt jetzt habe ich auch wirklich ja ich vertraut jetzt hast du wirklich auch nichts mehr jetzt kannst du auch nichts mehr haben ich stehe in der Luft ich stehe in der Luft mit eine Javasla Hershey daki behalte stehen H Alter, da ist dein Pfeil direkt neben dir. Da, ungefähr da ist er gelandet. Zwischen diesen und diesen Block ist er gelandet. Mal gucken, wie weit er fliegt. Im Dschungelbio ist er gelandet, im Dschungelbio ist er gelandet. So weit? Jetzt hab ich wieder halbes Her... also jetzt hab ich ungefähr wieder eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünf Herzen, glaub ich. Was? Ach, hier ist er. Hier ist er gelandet. Mal gucken, ob ich... Rommel, du Bommel. So, wollen wir jetzt mal... lass jetzt mal was Effektives im Let's Play machen und unser Haus bauen. Ey, da brauchen wir aber ganz viel großer Rolle für den Szenenherz. Ja, da müssen wir erstmal Schafen finden, relativ. Ja, such mal... das Blacky sucht Schafe, weg zwei die Bauhaus, weil es besser kann und verweizen. Ja, aber wir brauchen dafür... ja, erstmal eine Schere, die Blacky mitnimmt. Stimmt, ja. Hat die nur noch Eisen? Ich hab kein Eisen mehr. Ich hab noch drei Eisen. Sie ist auch mal so wild. Super, du hortest. Du hortest es. Ich hab dir ein paar Stacks Holz und wir hängen damit unser Haus bauen. Das wird ein Penis, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Ein rosa Penis. Hohoho, ist ja so witzig. Nein, wir machen einfach einen rosa Penis. Doch. Oh, nein. Doch, das hatten wir auch von Anfang an festgelegt, Marc. Doch, okay. Wir können ja die Kommentare abstimmen lassen. Ich hab eine bessere Idee. Wir brauchen einen rosa Penis oben aufs Dach, der auch abschritten kann. Also mit Schneewende. Ja, mit Dispensern, ne? Ja. So. Was soll ich jetzt jagen gehen? Schafe. Wir brauchen Schafe. Gib... Schafe. Also machen wir das erstmal ein normales Haus. Ja, erstmal ein normales Haus. Auf dem Eis. Lass dir was schönes einfallen. So. Was soll ich jetzt holen? Schafe. Ich geb dir aber gleich eine Schere dafür. Warte noch kurz. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr warten. I'm coming. Und lass die Kühl weiter zügeln. Ach, schön. Äh, das ist mein Job. Oh, Arsch. Sag mal, Watte. Hier ist du Eisen. Brauchst noch was zu essen? Brauchst noch was zu essen, Blacky? Ich hab 19 Cookies. Ne, 19 Kartoffeln. Perfekt. Ich hab mich überwundert, Herr, wo es die Cookies tun. Schere. Ich lass euch dann mal den einen Eisenbarren hier. Oh, wie nett. Was soll ich da... Soll ich damit, ähm, Schafe oder soll ich damit... Soll ich damit, äh... Soll ich damit, äh... Soll ich damit, äh... Soll ich damit, äh... Was ich grad bauen soll? Soll ich Schere bauen, damit Schafe scheren? Ich hab eine Schere. Machen wir das, dass ich ein Kreuzframmchen. Super. Was ich, äh, Schafe gefunden hab, dann ist aber auch ein... Ne, ich hab vorhin Schafe gesehen. Ich auch. Ich nicht. Perfekt 2D, ess die mal. Ja toll, ich will keine Drogen nehmen. Ess die mal. Ja toll, ich hab volle Essenfalten. Na, war doch ein Schaf, war doch ein Schaf. Wir brauchen, ähm, eine spitze Hacke mit Glück. Ja, dringend. Glück war, dass ein Meer rauskommen, ne? Ah, ne, ich mein, Bewusstamkeit nicht wird. Dann können wir das besser machen mit unserem Haus. Ey, hier müsste doch ein Schaf sein. Das sind doch diese Viecher, die mal mit den Bären kochen. Das sind Ziegen. Lass die Kühe vögeln. Ja. Oder wir machen einfach dann Holzboden. Der wird für den Boden. Ne, ich hab die perfekte Idee für den Boden. Und du hast noch kein Partner? Ah, Hütter. Hier, es gucken sich vielleicht noch mehrjährige an. Ach, ich nehme, sowieso noch nicht auf. Ja, aber trotzdem. Wir sind auch noch mit der Jährige als mich interessiert. Deswegen, ja. Das war ja der Witt an der Sache. Das war doch noch nicht so. Einige Kolopfer für Beinamputierte, ne? Sag's das. Ich find's eine Schafe. Dann such. Wenn ich niemand das Haus wiederfinde wegen euch, ne? Dann sag ich dir die Koordinaten. Und dann komm ich auch nicht zurecht. Dann, dann musst du deine Koordinaten sagen, und das können wir dir erklären, stell dir vor. Und mach ich dann Waypoint hin. Toll. Vier Eier und kein Hund kommt raus. Nein, lass uns gehen echt hinter mir her. Scheiß, wenn ich jetzt sterbe, ey. Ich bin am Arsch. Man lauft. Sie sind nicht so schnell. Eine Kuh brauchen wir nicht, ne? Wir haben mehr als genug bis jetzt. Ja, so hin. Ich bin los, Vögel meine Höhne. Ich find jetzt voll geil, dass Kühefarm und Resistimefarm auch eine Farm zu bringen. Ich hab Schaf, ich hab Schaf, ich hab ganz Schafherde. Boom. Aber das ist noch viel mehr. Ich brauche eine Farm für die. Auf der rechten Seite der, der, äh, der Weizenfarm ist die Schaffarm. So, was soll ich jetzt mit den Dingern machen? Was soll ich jetzt mit den Dingern mitbringen? Mit Weizen. Mit Weizen. Mit Weizen. Ah, ich hab kein Weizen. B, das ist so weit. Fick, ne? Du scheiß Bein, da. Wird das schwarze oder weiße Schafe? Äh, mach mal Weizen lieber. Wird ich jetzt besser? Ich scher die erstmal alle. Die schlechten Mops sind eigentlich so ein Kombi, oder? Wir jetzt. Schwächsten? Ich hab so, wie soll die mich bei Weizen fallen lassen. Ja. Aber sonst sind die eigentlich die Schwestern, oder? Ja. Die sind ziemlich leicht zu besiegen. Das ist ein Holzschwert. Fuckin, 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 nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ja, tiefer, 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 tiefer. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Oh, ich bin tot. Scheiße. Kannst du mal aufpassen. Kannst du mal aufpassen. Also, wir sind nichts wertvolles mit außer die Schere. Äh, Eisenschwert, Steinschwert. Kursi. Und ungefähr 30 Barren Eisen. Ja klar, so werden wir nicht mal. Nein, ich weiße. Oh, scheiße. Und ich finde ihn nicht nieder. Das Haus dort bauen dauert zu verlangen, weil auf dem Eissschlitzsch futscht man so rum. Alter, ein Packer gelätscht. Fuck, fuck. Was soll ich jetzt machen? Ey, lass uns zu zweit, den ich weiß noch ungefähr den Weg. Ja, ich komm. Ich komm, ja, ich muss diese Scheiße hier alleine machen. Ja, weil, du verreckst auch nicht alle zehn Sekunden. Was ist ein Kompliment? Ja. Bäm. Und gegen, und gegen mich was. Oh, ne, es wird schon wieder mit unserem Komplil. Komm, 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 komm auf. Ja, steck dir erstmal alles ein, was du brauchst. Ja, ich pack. Er muss hier nicht was wegpacken, als was einpacken. So. Habt ihr die Sachen nicht gefunden? Nein, noch nicht. Wir müssen jetzt gleich durchlaufen. Wir müssen uns beigeln. Pack schnell alles weg, was wir nicht brauchen. Ich schaff dir doch sowieso nicht mehr. Ach, wir sind Prost. Ich zumindest. Der Blacky bist du dir doch nicht so ganz sicher, ne? Ey, komm, schnell hinter mir her. Ich weiß, wo lang. Ey, komm gleich. So ungefähr jetzt in meiner Richtung. Hinter dir ist eine Spinne, Blacky. Ja, und ich hab kein Schwert, ich hab nichts dabei. Lauf! Mit Lauf'n Doppelweg bist du schnell genug. Und springen. Ja. Aber ich hab nichts dabei. Ja, ist gut. Verlieren wir denen jetzt auch nichts. Das war jetzt mit. Hallo, kannst du mal bitte mitkommen? Ja, ich komm mit. Komm mit. Wo bist du? Ja, jetzt. Hier. Und du musst alles spinnen von den Fernern halten. Weil ich hab kein Essen. Ich hab nichts dabei. Ja. Und man muss spinnen? Ich hab nur noch. Ich hab nur noch drei. Ich hab nur noch drei. Ich hab nur noch drei. Ja, gib mal schnell her. Hä? Wo sind die? Ey, halt sie von den Fernern. Ja, ich halte sie von den Fernern. Alles kommt mir schlecht vor mir. Okay. Jetzt go, go. Das ist so dumm, dass man bei Eisenzugespaar rankommt. Creeper! Zwei Stück! Zwei Stück! Ähm. Freu dich! Freu dich! Hier wär Sand. Da wär Sand. Hinter dir! Hinter dir! Komm! Komm her! Komm her! Alter! Ich hab mich... Ich hatte noch... Zwei Herzen hab mich mit dir angelegt, um dich zu retten. Also, sei dankbar. Danke, großer Herrscher und Meister. Der OP-Rechte. Das ist... Ey, wir schauen uns sowieso nicht mehr... Sorry, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber... Die beiden noch helfen, bei ihnen ein Haus zu bauen. Da vorne war's. Bei mir ist grad am spannendesten und leider nehm ich nicht auf. Dafür nimmt Blacky auf und das ist genauso spannend. Dein Porno-PC ist noch nicht da, ne? Kommt erst noch... Keine... Keine 64 GB Arbeitsspeicher. Schade. Unnot. Ja, ich hol mir auch nur 16, Mann. Da! Hinter der Insel. Hier ist doch nur 16. Ja, weil ich mir das nicht leisten kann. Ich hab nur 1400 zur Verfügung. Oder 600. Nur. Ja, nur. Weiß, wie teuer die PCs sind. Arbeitsspeicher ist sau teuer, weißt du was? Ich weiß. Was mich sag's. Oh, meine Grafikkarte kostet leider 400. Ja, ich komme, ich schwimme schon, ich schwimme schon. Aber das Skelett schießt mich immer wieder weg. Alter, fucking Skelett! Du Hure! Ich hab die Schafe... Ich hab die Schafe gefunden. Ich hol mal schon... Ja, und es ist immer schön, dass du immer heilst. wenn du deine Sachen findest. Doch, weil... Ich bin ja so mitgekommen. 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 Ja, irgendwo ist gut. Oder sind sie nicht mehr da. Nein, es ist ja auch da, sonst sind auch keine 5 Minuten, oder? Doch, sonst. Ich kann gerade mal ein Verdammt... ...neine... Uhr nicht. Hier müssten die irgendwo... Hier sind Schafe, hier sind Schafe, hier sind verdammt viel Schafe. Ja, ich weiß. und genau da ist es jetzt auch passiert ja alles allein für den Boden hier ruhig unnötig lange den Bauch immer weiter auch wenn ich meine Sachen ich hab meine Sachen diese Beufelschaften ich habe eine Sache ich habe eine Sache das ist so wenn ich sehen komm zu mir komm zu mir ich bin fast durch das was du kommst zu mir ach 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 nimm deine Sachen mit gehen zurück im Internet also gleich ich glaube ich habe es gesehen ja ich hab's gesehen ich hab dann Sachen ja auch zu bei Herzen Da waren drei Creeper, vorhin hinter mir hat er noch ein Herz. Sorry. Und was mache ich das? Jetzt verreck ich nicht. Sorry, Reflexe. Ja, super. Und jetzt sind meine Sachen da immer ab. Nein. Ich habe die aufgesammelt. Es ist alles safe. Ach, du hast sie aufgesammelt? Alles ist gesaved. Wir müssen mir doch nur Bescheid sagen, wenn wieder Tag ist, dass ich wieder sicher connecten kann. Ist es noch ein Achtung? Ja, jetzt ist noch ein Achtung. Es wird wieder hell. Endlich. Er kommt raus. Soll ich dir irgendwie helfen? Ähm, du kannst Sand holen. Ganz, 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 ganz viel Sand. Okay, das werde ich hier bekommen. Also du brauchst locker so fünf Stacks. Was? Nicht was, sondern das. Wenn wir jetzt mal jemand erklären könnten, warum wir keine Eisenschaufeln oder sowas haben. Weil Eisenschaufeln, Verschwendungen, Steinschaufeln reichen komplett. Ja, meine ich doch, warum wir das nicht haben. Weil wir die Schleber-Schlacht-Kommalat haben. Oh, stimmt. Die Schleber-Schlacht sind auch wieder fast fünf Stunden her. Steinschaufeln-Kommalat. Ich brauche mich nicht zu connecten. Steinschaufeln-Kommalat. Es ist Tag. Ja, aber die Creeper, die spawnen ja am Tag nicht. Alter, welches nicht... Fehlte mir bei einem Zombie mit einem verzauberten Schwert. Den hole ich mir. Du weißt, ich wäre trotzdem fast im Arsch. Ja, trotzdem verzaubert ist verzaubert. Ach, fuck. Warum mache ich Ihnen so eine Scheiße? Ich wollte mir doch... Ich finde, man kann das doch reparieren. Alter, dreht mich ab und sei noch ein bisschen leiser. Wir haben hier ein... Ein Comeback. Das ist nur richtig, 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 ganz selten. Weil darum muss meine Frames-Rasse so machen. Weil er PC... Äh, weil er es aber auf dein PC postet. Auf dem PC, der ist ja nicht so viel Leistung, die Meintracht selber. Das ist das Problem. Ah, es geht wieder besser. Ich wollte mich echt entschuldigen, dass ich jetzt die Scheiße hier vorgebe. Wenn du Minecraft minimierst, hört die Aufnahme auf. Pass auf. Ich minimiere es ja nicht. Minimieren ist auch... Ähm, ein anderes Fenster im Vordergrund, glaube ich, gemeint. Genau, eigentlich ganz sicher. Ich bin nur noch... 120 Meter vom Haus entfernt. Ich hab da... Ja, wir brauchen locker 5 Stacks. Für den Boden, damit das alles auch... so sagt es, wie es sein soll. Werke, wo bist du? Weil ich mache so, ich habe, ich muss da auf Holz und Sand. Ich pack deine Sachen in Truhe, okay. Ich habe deine Sachen ja gerettet. War so nett. Hm, nein. Jetzt brauchen wir noch übel viel Sand. Hm. Das hat jetzt Arschlangen gedauert. Blacky, was hattest du denn alles dabei? Auch einige, das weiß ich nicht alles. Schere, zwei Sperter, ein bisschen Wolle und ein bisschen Essen, ähnlich. Das waren aber nicht einige. Ich glaube, das ist das Wort, was ich am öftesten jetzt bisher gesagt habe. Na ja. Ich habe jetzt einen Stack voll, ich habe einen Stack voll. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen etwa so fünf. Alter, hast du dir... Ich habe ja drei Mal nach fünf gesagt. Nein. Guck dir die Aufnahme danach an. Ich habe jetzt bisher immer fünf gesagt. Ja, fünf gesagt, ne? Ja, keine Ahnung. So vergesslich. Ich baue es noch so schön mit Brücke und mit keinem Unterstand davor. so. Oh, ein ist kaputt gesammelt. Ich habe nur zwei dabei. Dann bringe einfach erstmal mal Zeit für Crew Babys. Oh. Das. Oh, fucking über, kriegt mehr Eier. Oh, ey, man braucht... 1 um Bayer Hauptmann und 2 zwei Blöcke hoch das ist über ein Stück einmal rum das ganze Zweizen was er noch dabei hatte für Kür verschwendet nicht verschwendet wenn er so lange angelegt da angelegt haben wenn du meinst ist doch so ich hoffe es ist hier auf die Mitte was versteht ihr unter Recycling wir lassen wiederverwerten wiederverwendbar also ich habe ein Creeperloch als Hühnerfarm wiederverwendet das ist Recycling wer kann das du MaxByte sag bitte nicht, dass du Tür vergessen hast Tür kommt noch so, Tür ist da auch auch und um man kann auch praten wir haben auch so ein bisschen ich glaube ich anderthalb oder zwei das waren das darf man zu raten kann Karten dreh voll wenig voll wenig ist ja auch nicht der Brinke 2 2 Hungerbalken das ist doch ziemlich viel da für das man es so leicht kriegt ich hab jetzt gleich zwei Staxe nun die Mannschaft nicht alles gut nun und hier ist es nicht mehr so richtig die Zuckeraufwand wächst 10 ich behalte mich für eine Höhle in Höhlengang vor der Komplett er kann es mal die Wortmeldungen der ein Kuhmann wegmachen Toll, Blacky. Schilder wird oben und unten zwischen den Kisten platziert. Ja. Schlauch. Muss ich ihm rechnen. Was denn? Schilder steht oben und unten drauf auf den Kisten. Ich weiß, weil ich wollte noch nicht, ich musste noch was draufstehen. Ach, ehrlich? Was ist denn hier? Du hast da noch gefliegelt. Was sind die Plastik? Das weiß ich nicht. Heutzutage ist Freitag. Oh. He? Zeit überschreitet. Das ist einfach wie Connecten. Wer packt das immer? Was ist denn hier? Wer packt das immer? Warte, was ist hier los? Warte, ey, was ist hier los? Mach's mal mit mir. Warte? Warte, was ist hier los? und hat mich im Baum auch bleiben nach Verwarten Höhlen Tour der Komplett das heißt ich habe ein richtiges Problem ich habe sechs auf Wolle ich brauche nichts mit uns werden er war nicht mehr nicht nur noch die Sonne und sonst alles schwarz ist ja und ich bin nicht im Backdruck drin, also ich kann nicht mehr und ich bin nicht im Backdruck und ich bin nicht im Backdruck drin, also ich kann nicht mehr um sich das wegbauen der Bedeutung im Rechten ich hab keine Rechte, ich hab keine Rechte, ich bin eigentlich haben ja gesagt nicht der Bedeutung im Backdruck geht besser der Bedeutung Zeitüberschreitung selber liegt es nicht Sie machen wir einfach einen kleinen Cut ja, machen wir einen Cut und da sind wir wir haben das weg auch nicht backfrei ja, Minecraft in den Staaten hat geholfen ey, nee, ich hab schon drei Sticks Sand das hört man noch gerne ja, ist langweilig eins, zwei, drei drei und dann nochmal sechs nein, nicht auf, nein, Rommel ja, ich hab nicht ey, Rommel kannst du die sonst mal reinmachen, du weißt, wie ich's machen will klar danke da bist du ja auch hier so ne Brücke ja aber da mach ich natürlich eine Seite noch so Dinger, da so nicht runterfällt und dann noch mit Dortmund beleuchten warum machst du die genau so hin, warum machst du nicht? Alter weil er so das haben will weil er so das haben will ich mach das so und dann mach ich er geht da gleich runter, dann kann man so zur Seite gehen und die wollen, dann müssen wir wegmachen äh, und was bringt das? Überall hast du so, äh, überall hast du Eis und da hast du Sand, das ist doch scheiße nein, das wird Sandholz das wird Sandholz alles wird ausgetauscht, kann man mit helfen Sandholz, so wie er es macht echt? alles? ja, alles außer das Holz nein, das ist doch viel besser, wenn wir dann da, guck mal wenn wir dann da ein, ähm, ein Erde immer drunter machen, dann brauchen wir nämlich nur einen Sand ja, mach, probier die Erde dann hin zu machen ja, okay, dann brauch ich aber erst mal Erde ja, zeig mir, wie du das so toll machst mit der Erde du kannst doch gleich mit Sand machen also ja, er hat ja keine Schwerkraft, wir sind nicht ein Terrafilme-Kraft-Mod ich weiß ich glaube ich dann auch noch ich bezeichne ich auch langsam die fang hier hinten an, ja ich glaub hier hatte, ich mach die Löcher von unten zu ich mach gerade alles Eis weg äh, ich brauch Luft, ich brauch Luft ich brauch Luft ich würd immer anwechseln, weil so passiert, dass man dann dauernd runterfällt ich, ich hoffe, ertrink ich, wir nicht, ne ich pack kurz mal meine Sachen aus dem Inventar äh, wie lange ist das hier? bist du lange noch? 3 pack oben kurz mein ganzes Inventar rein dass ich das nicht verliere, wenn ich ertrinke glaubst du du was trinkst? ja, ich will jetzt unter Wasser immer so sein, bis ich ertrinke ich muss die Erde ausstopfen ich brauch mir jetzt hier nen schnellen Bett das brauche ich auch nicht immer wieder so, hab ich jetzt wieder unser Haus geplanken ich brauch zwei Betten, wer als erstes drin ist, kriegt das es ist mitn am Tag fuck aber auch alles kann was nicht platzieren epic fail ah, naja ich besprochen dann lass uns gleich mal ein schönes Dreierbettchen machen aber ich will, ich bin nicht mit euch, sondern Bettlaufer, wir brauchen die dazwischen weil das wird keiner von uns auch so kann man keine Betten bauen dann machen wir da in den Holzen ich bin nicht schlau Nein, er wird nicht äh, was habe ich hier ah nein, nicht Mandel ich habe Schwanzschmerzen ich habe ich mich, nein, mein Arsch. اس 왠 will allein schon gesessen auf solche Proでは Você teve Alter, wie ich Sie nicht verküfte der Wirtschaft, Mannes isct college, oder was spinnen saw her in und aus Isaac Jo wird auch schon ziemlich lange wenn wir haben die Becken verzieren ich noch wollen noch mal nur holz dann bis zu größer zu sehen aber drei mal drei holz was und drei drei vier aus Holz er geht er hat neben was zu sein da wenn er noch wenn ich habe morgen was ist man kann es an jetzt ist jetzt ein bisschen war nicht mehr mit uns ist noch was doch oben Da, jetzt, vor der Truhe, vor der Truhe. Truhe. Ja, vor der Truhe, ne? Vor der Truhe, stell dir vor, vor der Truhe. Du musst die Scheiße hier aufholen. Oh, hier ist direkt unter der Lechboden. Ist ja hilfreich. Da geht's mal ein bisschen leichter. Scheiß Bäume. Ach du Scheiße, das war echt zu tief. Wollte ich dir nicht ganz ausstopfen? Das wird eine ultralange Folge. Ja, wenn du ihr schneidest, das sind mehrere Folgen. Okay, stark. Nein, 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 nein. Trenner, das viel zu lange. Oh. Leckie, die Liga aus. Okay, ich gib das. dann meine ich nicht lehnen ich glaube die will ich nicht haben ich glaube wir sind dabei eine halbe stunden ja nein nicht ganz um es gab es seit einer stunde 16 minuten 1 wir sind 16 es ist viel zu tief weil ich die ich überall im unteren 21 54 im armen 10 klingt gut Nummer schalten das ist ja noch sechs Minuten aufregende Skate Play ganz ja mal aufregend Prozent Mappern nur schon wieder Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stört, wenn wir off-stream was machen. Jo. Also sowas wie Sandsuchen oder sowas hier machen, ist jetzt nicht gerade ein interessantes Diffen in Let's Play. Ja, vielleicht Mining oder sowas, aber das hier, ich weiß ja nicht. Oder wenn wir mal eine Arena bauen. Ich bin da auch noch für. Jo. Wenn wir eine Arena bauen, könnt ihr ja so zeitbeschleunigt so hochladen. Okay. Wenn wir eine Arena bauen, eine Zeitlupe hochladen. Ja, klar. So streckt man Folgen. Aus einer Minute werden 30, ne? War fast so aus Versehen. Jo, äh... Rommel? Ja. Ja, Rommel, sorry. Rommel, aus einer Stunde wäre... Aus einer Minute werden 30, ne? Ja. Nee, aus einer Minute wäre eine Stunde. Stund. Mal 60. Hm. Und auch Holz. Ähm, wer geht Sand holen? Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Was? Mit dem Sand holen. Ja? Ein bisschen? Ein bisschen extrem. Nein. Nein. Ich muss nicht was so kommen. Ich probiere mich zu weinen. Ja, mach das mal. Nicht probieren, machen! Rommel, du General. Das muss jetzt nicht noch zum 30. Mal ziehen. Das weiß ich nicht. Nein, ich will nur nicht, dass wir damit ankommen. Ja, dass ich kann mit mir an. Ich verflüge den Angriff. Ja, die Presse. Nö. Ich habe jetzt 46 Dingstar. Dingstar, geil. Ach, geil! Dingstar, das wollte ich schon immer haben. Das wird übelst lange Rändern. Toll, das ist auch hier das falsche Holz auch noch. Okay, wenn da... Wie findet ihr die... Brücke bisher? Gut. Ich habe nicht mehr verletzt. Ich bin, wo ich für gucke, wo ich für gucke. Jo, ganz geil. Bisschen verschwenderisch, aber stylisch. Wir haben ja gemühen von allem. Die ganze Welt ist voll. Äh. Was machst du denn? Okay, ich wollte das gar nicht wissen. Ich war, dass ich ein Loch komme, Mann. Ja, klar, komm. Ja, guck, guck in Blackies auf. Apropos kommen, ne? Ja, komm. Ey, wir sind festgeworden. Und ich habe noch genau eine... Ich habe noch eine Samzeige. Ich habe noch eine Samzeige. Als erstes ins Bett geht es... Du, das kriegt das Bett. Ich kriege das rechte. Ich kriege das linke. Ey, Alter, du hängst voll in der Luft. Ich? Los, geht einer von euch ins Bett. Geh mal... Los. Was war's? Ey, nee, lass mal, wir beide... Jetzt geht's. Wir beide gehen rein und du kannst Deck uns disconnecten. Macht's Spaß, meine Freunde? Los geht's. Ey, schlag ihn mal. Hey, fick dich. Und jetzt disconnectet, komm. Ne, die sehe ich. Kenner, ja, weil wir auch nehmen, du Kenner. Ach, Mann. Gehen Sie bitte ausreden. Soll ich das Server des Connects oder ich? Ja, klar. Summefragen. Noch eine Minute lang aufnehmen, weil wir können ja noch ein ganz bisschen einen ausführen. Weil ich... Ich kann, dann brauche ich noch kurz die Brücke fertig. Ja, okay, dann, wenn du die Brücke fertig hast, dann schreibst du einfach einen Punkt und dann sind wir fertig. Ein Point. One Point, one point, next. Ja, Mann. Ich kann die... Ah, nee. Na, doch, lass. Haben wir... Oh, und es fehlen zwei Wunder. Ja, klar. Kreativ, ne? Ich ordne mal die Scheiße noch und dann... Ihr habt immer sein Bettchen geschlafen. Für jeden, der seine Lache gut findet, ein Like geben. Ja, ja. Und wir freuen uns mit Likes hier. Ja, und wer das witzig fand, Disliken. Nein. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Okay, dann würde ich mal sagen, sind wir heute durch. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Okay. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal.